Hallo Freunde des gepflegten Internetgesprächs. Der Untergang des Abendlandes? Gerade war es noch da und dann verschwand es. So heißt es in einem Reim von FW Bernstein, einem Mitglied der sogenannten Neuen Frankfurter Schule, und darum soll es heute gehen, dem Untergang des Abendlandes. Genauer um das gleichnamige Buch von Oswald Spengler, welches im Sommer 1918 erstmals erschien, und zwar im Braumüller Verlag in Wien. Bei Braumüller in Wien wurde dieser Tage ein sprungvoll kurzweilig geschriebenes Werk von Peter Strasser veröffentlicht. Es nennt sich Spenglers Visionen, 100 Jahre Untergang des Abendlandes. Herr Strasser ist Professor für Philosophie an der Karl-Franzens-Universität in Graz, und just dort bin ich nunmehr mit ihm telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Professor Strasser. Ja, dann darf ich auch herzlichen Grüß sagen. Fangen wir vielleicht so an, mit einer klassischen Frage an den Autor. Was hat Sie bewogen, das Buch zu schreiben, welches Sie geschrieben haben? Ich habe mich längere Zeit natürlich immer wieder einmal mit Spengler beschäftigt, allerdings nur ganz peripher. Aber dann kam eines Tages der Leiter, der Chef des Braumüller Verlages in Österreich hier zu mir, und sagte, dass 2018 es 100 Jahre her sein wird, seit der erste Band, der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler in der damaligen Verlagsanstalt Braumüller erschienen ist. Und tatsächlich, die erste Auflage ist dort erschienen. Ab der zweiten Auflage ist es dann, oder der dritten, das weiß ich nicht genau, ist es dann weggegangen und zu C.H. Beck. Aber das war der äußere Grund, warum ich dann für Braumüller diesen, es ist ja ein großer Essay eigentlich, geschrieben habe. Das Buch ist ja ein sofortiger Erfolg geworden, also ein Verkaufserfolg. Woran lag das Ihrer Meinung nach? Das liegt nicht an mir, glaube ich, so sehr, sondern an Spengler. Denn Oswald Spengler ist eine Figur, eine literarische, eine ideologische, eine weltanschauliche Figur, die heute wieder stärker fasziniert als noch vor einigen Jahren. Also Spengler ist ja gleich ein Riesenerfolg geworden. Also er erschien ein großer Erfolg, gleich deshalb, weil er bestimmte Zeitstimmungen in seinem Buch sehr gut aufnehmen konnte. Und das kleine Buch jetzt ist auch ein Erfolg geworden, oder ist dabei, einer zu werden, weil die Zeit wieder so weit ist, dass die Stimmungen, die Spengler spürte, heute wieder von vielen als interessant oder sogar als faszinierend empfunden werden. Bei Ihnen ist das aber eigentlich ja ganz anders. Sie fühlen sich ja eher von Spengler abgestoßen. Ja, also was mich anbetrifft, ich habe hier eine, also ich muss gestehen, ich habe eine zweifache, es gibt zwei Seiten bei mir. Die eine Seite sieht schon natürlich jetzt einmal abgesehen von diesem weltgeschichtlichen Panorama, wo ja viele Züge nachweislich einfach auch historisch und in anderer Hinsicht nicht stimmen. Aber abgesehen davon, die Geschichte der eigenen Kultur, die er ja sehr gut kennt und wenn man so will, die er im Blut hat, hier ist etwas an Kritik eingegangen, die uns alle fasziniert irgendwie. Also da muss man aber ein bisschen ausholen. 1950 ist mein Jahrgang. Ich bin also ein typisches Nachkriegskind, könnte man sagen, hineingeboren in eine Gesellschaft, die eigentlich die ganze Zeit über eine kriegslose Zeit erlebt. Das ist das, was man auch die Zeit des langen Friedens genannt hat, hier im Westen. Dort, wo also sich Demokratien entwickeln konnten. Und in dieser Zeit entwickelt sich eine massendemokratische Gesellschaft, liberalen Zuschnitts mit sozialstaatlichen Einlagerungen, rechtsstaatlichen Sicherungen und vor allem die Leute genießen ihren kleinen Wohlstand. Es geht den Leuten immer besser und das alles unter Bedingungen, wo sie eigentlich immer furchtloser leben. Und da passiert etwas ganz Interessantes, statt dass sie das Gefühl haben, in der besten aller möglichen Gesellschaften zu leben, stellen sich zunehmend Gefühle des Unwohlseins ein, der Langeweile, auch Gefühle der Verflachung des Gesellschaftlichen. Und das ist das eigentlich Interessante. Und etwas Ähnliches hat Spengler prognostiziert. Er hat prognostiziert, dass die Massendemokratie eine Verflachung bedeutet, dass ihr die Tiefe des Geistes mangelt. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, diese ganzen heilsgeschichtlichen Horizonte, die man damals noch aufmachen konnte, die haben sich geschlossen. Und übrig blieb das, was dann bei Friedrich Nietzsche als die Gesellschaft des letzten Menschen aufscheint. Der Mensch, der nichts mehr anderes machen will und tun will, als eben das Bestmögliche in seinem kleinen eigenen Leben. Und das heißt, so glücklich und wohlbefindlich wie möglich zu existieren. Das war den großen Herrn damals aber zu wenig. Die wollten, wie das Nietzsche formuliert hat, dass der Mensch den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft und seinen Stern gebiert und solche Dinge. Also Heilsgeschichte. Das gibt es nicht mehr. Ja, beziehungsweise der Mensch muss überwunden werden. Ja, das ist wieder eben ein Punkt, der jetzt den Spengler irgendwie interessant macht, auf eine seltsame Weise, weil es immer, wenn Sie daran denken, dass eine der letzten wirklich positiven Utopien, die, soweit mir bekannt, von B.F. Skinner, das ist schon längere Zeit her, einige Jahrzehnte her, von B.F. Skinner, dem Lerntheoretiker und Behavioristen, dem amerikanischen Stand, unter dem Titel Futurum II, auf Englisch Molden II, seither sind praktisch nur mehr negative Utopien, sogenannte Dystopien, erschienen. Das heißt, Gesellschaften, die die Zukunft unserer Gesellschaft negativ akzentuieren. Und die Frage ist, warum ist mitten im Wohlstand, mitten im westlichen Wohlstand, warum passiert das? Der letzte Erinner, den es gibt, ist von Richard Morgan, das sogenannte Unsterblichkeitsprogramm, mittlerweile eine Trilogie, im 27. Jahrhundert spielt. Und dort ist diese Fantasie, unsterblich zu werden, also den Göttern sozusagen das Letzte zu entreißen, indem man den Tod überwindet, dort ist das in Annäherungsweise bereits realisiert, indem man nämlich sich dieser ganzen digitalen und genetischen Techniken bedient, um das Leben immer weiter zu verlängern. Das führt aber nicht dazu, dass diese Gesellschaften glücklich sind, sondern im Gegenteil, da gibt es die einen, die sind unglücklich, weil sie schon zu lange leben, sozusagen die Methusalems, die dann 300 Jahre alt sind und wie die biblischen Propheten sozusagen alles sterben sehen haben, ihre Kinder, Kindeskinder, ihre Familien und so weiter und immer Neues, das aber dem Alten irgendwie ähnelt, aufbauen müssen. Und dann gibt es die anderen, die sich diese Unsterblichkeit nicht leisten können, denn die kostet natürlich. Man braucht ja dazu unglaubliche Technologien. Und diese anderen, das ist die große Masse, und die vegetiert sozusagen mehr oder minder vor sich hin, in einem totalitären Staat, wobei dahinvegetieren nicht das richtige Wort ist, weil es geht ja niemanden mehr wirklich schlecht. Aber allen geht es trotzdem schlecht, weil sie keinen Horizont mehr haben. Diese Gesellschaft ist sinnentleert. Man hat zwar ein Glück, das einem vorgegeben wird von einer mehr oder minder anonymen Macht, der Staatsmacht, in bestimmten regulierten Formen, aber der Sinn des Lebens, keine wirkliche Sinnperspektive tut sich mehr auf. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich das Abendland für Spengler? Das ist ja nicht das, was, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr en vogue wird, nämlich das jüdisch-christliche Abendland. Ja, das ist bei Spengler eine merkwürdige Konstruktion. Ich will nur sagen, das hat auch damit zu tun, weil das war nämlich der zweite Teil Ihrer Frage, nicht von vorhin, sondern bereits drei Fragen vorher, warum ich mich Spengler gegenüber so negativ eingestellt fühle. Das hat etwas mit der Ablehnung, muss ich jetzt nachtragen, eben unserer liberal-demokratischen, rechtsstaatlich orientierten, sozialstaatlich auch sehr stark bemühten westlichen Demokratie zu tun. Das lehnt er alles ab. Das ist gegen die menschliche Natur, wie er meint. Und er ist ein wirklicher Elitarist. Er ist auch jemand, der als Motto hat, Menschengeschichte ist Kriegsgeschichte. Und daher ist unsere Gesellschaft ja für Spengler als Demokratie nicht weiter lebbar. Das Abendland ist auch ausgeronnen, sozusagen, nachdem es seine Hochblüte erfahren hat, schon lange vor Jahrhunderten, und ist dann mit einem Sterbeprozess ausgesetzt. Da hat er sich dieser ötischen Morphologie bedient. Wir sind also aus dem Jugend- und Mannesalter hinaus in die Verkreisung eingetreten, mit unserer Art von Demokratie, die sich um die Massen bemüht und um das Wohlergehen der Massen. Und das bringt mich zu diesem Aspekt des jüdisch-christlichen. Interessanterweise beginnt bei Spenglern nämlich die abendländische Gesellschaft nicht wie für uns. So haben wir es in der Schule gelernt. Nicht indem sich also drei wichtige Dinge oder drei wichtige epochale Entwicklungen zusammenschließen. Einerseits haben wir die Antike, dann haben wir also die jüdisch-christliche Kultur und dann haben wir die Aufklärung. So haben wir es also irgendwie gelernt. Und so ist es auch ins allgemeine Bewusstsein eingegangen. Das Abendland beginnt bei Spenglern erst so etwa ab 900, beginnt das Abendland als Geistesepoche. Vorher waren andere kulturelle Formationen maßgebend, die waren aber nicht abendländisch. Denn wie wir dem Untergang des Abendlandes entnehmen können, beginnt das Ganze irgendwie mit, er hat da auch Tabellen, wo er das sogar aufführt, so das ganze geistesepochale Geschehen des Abendlandes geht los mit dem, wie er das nennt, germanischen Katholizismus. Und da nennt er auch so Namen wie Bernhard von Clairvaux und Joachim von Floris und Franz von Assisi mit dem Volksepos, dem Ritterepos. Und das geht dann immer so weiter. Nicht kommen dann Thomas von Aquin dazu und diese ganzen großen Denker, wie bei Nikolaus von Cusanus und Savonarola und so weiter. Dann kommen Galilei und Bacon und Descartes. Also ich will nur sagen, die abendländische Kultur ist bei Spengler irgendwie zunächst vom Frühchristentum und vom Christentum abgekoppelt. Das Christentum war also Bestandteil einer anderen, nämlich der sogenannten arabischen Kultur. Denn Herr Spengler ging davon aus, dass jeder Kultur im Zentrum, jeder Kultur eine Seele sitzt. Und im Christentum war es, das Christentum typisch, vor allem für das Christentum, Jesus von Nazareth war typisch, diese magische Seele, die eigentlich die Welt nicht in der Weise verändern wollte, wie die abendländische Seele, die er als faustisch bestimmt. Das übernimmt er von Goethe. Die faustische Kultur ist eine Kultur, die drängt nach außen ins Weite. Die will die Welt nicht durch Magie verändern oder sieht keine magische Veränderung der Welt so sehr, sondern keine Veränderung durch Wunder und auch nicht durch die, wie soll man sagen, durch das eher Sanfte. Er charakterisiert Jesus ja als eine sanfte Figur, die eben eingebettet ist in dieses magische Weltbild, welches wenig Lust hat, eigentlich die Welt zu verändern. Man darf ja nicht vergessen, das sieht er ganz richtig, dass Jesus im Ursprung jemand war, der glaubt, dass der Weltuntergang nahe ist. Also diese endzeitliche Stimmung, diese Endzeitstimmung, die für ihn typisch ist, deswegen er ja meint, man soll ja eigentlich keine Familien mehr gründen und keine Kinder in die Welt setzen. Das alles ist für die abendländische Kultur nicht typisch. Die geht hoch hinaus, wie die Gotik, und will also über den Menschen hinaus. Und das heißt geopolitisch gedacht, es ist eine expansive Kultur. Das Abendland ist ganz aggressiv, es kann ohne Kriege nicht leben, es will sich ständig erweitern. Und das in allen Dimensionen, künstlerisch, kriegerisch, politisch. Und das Christentum, wie das ins Abendland hineinkommt, ist ja eine schwierige Geschichte für den Spengler, weil er muss nämlich annehmen, dass das Christentum sich innerlich umformt, um überhaupt mit der abendländischen Kultur kompatibel zu werden. Aber es passiert, das Christentum baut sich gewissermaßen um. Das hat etwas mit der Missionsgeschichte dann auch beim Paulus zu tun, der diese Heidenmission propagiert, was ja keine Geschichte ist, die man bei Jesus schon ansetzen kann. Paulus will die Heidenmission, geht raus aus dem Jugendtum hineins Griechentum, in die griechische Kultur, in die römische Kultur und dann noch weiter. Und so entwickelt sich ein, wie soll man sagen, eine Stimmung oder etwas Seelenhaftes, wie Spengler sagt, das sich mit der staatlichen Macht auch sehr gut verbinden kann. Weil die will auch expandieren. Und so wird schließlich dieser abendländische Komplex langsam aus einer kindlichen Form, wie Spengler meint, zu etwas Mannhaften. und in seinem Hochstadium ist die faustische Seele etwas Unruhiges. Das kann nicht bei sich bleiben. Das muss ständig über sich hinauswachsen. Das ist der Einbau der jüdisch-christlichen Kultur in das Abendland. Spengler unterteilt ja die Welt in verschiedene Kulturen. Ja. Und die haben sich aber eigentlich nichts zu sagen. Die verstehen sich nicht. Naja, das ist ein so merkwürdiges Problem bei ihm. Er hat also, ich glaube, er hat acht oder neun Kulturen, aber wenn wir uns die Tafel anschauen, die im Untergang des Abendlandes angegeben wird, bei den Geistesepochen, da haben wir vier Kulturen, die indische, die antike, die arabische und die abendländische Kultur. Er hat dann noch weitere Kulturen eingeführt. Und jede dieser Kulturen hat eine eigene Seele. Das ist sozusagen das Zentrum, der Motor, der das Ganze bewegt. Das ist wie eine, was weiß ich, wie diese Kulturen der Buddhismus eine Weltseele kennen. Und so kennen bei ihm alle Kulturen eben etwas Seelenhaftes, das innen inne wohnt und das sich entfalten muss. Der Entfaltungsgedanke ist so wichtig. Und diese Kulturen haben jeweils eine eigene Kunst, eine eigene Sprache, eine eigene Mathematik, eine eigene Technik und vor allem auch ein eigenes Weltbild. Und weil sie ein eigenes Weltbild haben, das sich aus diesen verschiedenen vorigen genannten Elementen zusammensetzt, können sie sich auch miteinander eigentlich nicht gut verständigen. Will eine Kultur unter anderem wahrgenommen werden, dann wird sie sozusagen transformiert, sie muss übersetzt werden. So muss die abendländische, unsere eigene Kultur, muss das Weltbild der anderen Kulturen in die eigene Sprache übersetzen. Und dadurch verzerrt sie das, was den anderen Kulturen eigentlich das Zentrale ist. Also wie Sie sagten, die Kulturen können einander nicht miteinander begegnen, indem sie dieselbe Sprache sprechen. Sie müssen einander immerfort übersetzen, weil sie einander, wie man das mit einem modernen Ausdruck sagen könnte, inkommensurabel sind, einander nicht wirklich gut vergleichbar. Und das macht natürlich Schwierigkeiten, wenn die Kulturen einander begegnen und miteinander kommunizieren wollen. Er gibt natürlich immerfort Missverständnisse und auf der Basis dieser Missverständnisse kommen dann auch kriegerische Situationen zustande. Nicht nur, dass man einander nicht nur freundlich begegnet, sondern auch einander, man möchte gewissermaßen, da man ja die eigene Kultur immer für das Wichtigste hält, dass die anderen Kulturen sich einem angleichen. Aber das können sie nicht ohne weiteres, ohne dass sie nicht ihre Selbstachtung verlieren, weil sie ein anderes Weltbild haben, eine andere Sprache haben. Und aus diesem Problem entsteht auch natürlich die weltgeschichtliche Dynamik für Spengler, denn mit der Kolonialisierung und mit der Expansion der Kulturen treffen die hier aufeinander. Aber die können nicht friedlich miteinander umgehen. Zum Beispiel hat es ein typisch abendländisches Merkmal, dass wir so etwas entwickeln, wie eine universalistische Ethik. Eine Ethik, die sich dann in den Menschenrechten auch rechtlich niederschlägt, aber auch in der Moral, wenn wir meinen, dass gewisse moralische Grundsätze universell sein sollten. Die Gleichheit aller Menschen. Der Gleichheitsgrundsatz, der ist anderen Kulturen einfach nicht wirklich geheuer und den akzeptieren sie auch nicht. Also gibt es hier keine wirkliche Verständigung. Das erleben wir übrigens heute noch, worüber wir dann vielleicht sprechen können, wenn wir versuchen, unsere eigenen Verfassungsgrundsätze anderen Kulturen nahezubringen. Die haben das Gefühl, das passt gar nicht zu ihnen. Also diese Auseinandersetzung jetzt im Aufblick zwischen Europa und dem Islam zum Beispiel, das wäre so ein Problem der Verständigung. Ja, aber wenn die Kulturen sich kriegerisch begegnen, dann ist das ja eigentlich nicht etwas, was Spengler beklagt, denn er mag ja den Krieg. Er ist alles andere als ein Pazifist. Ja, ja, der hat, der weinte ja, dass wenn Kulturen so friedlich werden, wie das Nietzsche sozusagen auch voraussieht, bei diesem letzten Menschen, der nur mehr eigentlich seine Ruhe haben will und sein kleines Lebensglück genießen, wobei das alles abschätzig gesagt wird bei Nietzsche. Also ich würde das positiv konnotieren, wenn ein Staat um seine Bürger besorgt ist und um das Wohlergehen und das Gemeinwohl darin besteht, das Wohlergehen zu maximieren, wie das die Utilitaristen des 19. Jahrhunderts, John Stuart Mill oder Jerry Bantam dann meinen. Das ist alles negativ konnotiert. Und daher sagt auch Spengler, haben wir keine Chance weiter zu existieren, wir werden also langsam absterben, wobei wir noch technische Hochleistungen vollbringen können. Das ist ganz interessant. Er sagt ja, dass Kulturen, die absterben, durchaus in der Lage sind, noch technische Höchstleistungen zu vollbringen. Also bei uns wäre das, wenn wir das auf unsere Zeit umlegen, dann halt, dass wir die Digitalisierung haben und dass wir die Genetik haben und dass wir in der Medizin und in anderen Bereichen sehr vieles, auch aus Spenglers Sicht, Großartiges vollbringen, das aber nicht mehr wirklich kulturell bedeutsam ist. Das ist nur mehr technisch bedeutsam. Aber, sagt er, weil wir nicht mehr als Kulturen existieren können, werden wir auch unsere Technik dazu nützen, dazu gehört ja die Militärtechnik, letztendlich wieder aus uns hervor zu treiben. Leute, die wollen eine neue Kultur oder die wollen diese alte Glückskultur eigentlich zu einem Ende bringen, um wieder eine heilsgeschichtliche Perspektive aufzumachen. Und das sind interessanterweise bei Spengler Figuren, vor denen uns eigentlich Grauens wollte, die er aber für wichtig hält, um etwas wirklich Neues hervorzubringen. Die nennt er Zäsaren. Das sind neue Zäsaren, also Figuren, die nicht einmal mehr, die ihre Parteien, ihre eigenen Parteien, die sie nach oben bringen mit dem Volk, das der eigenen Kultur müde geworden ist, die sich davon ablösen und dann als die großen neuen Machthaber nur mehr ihre eigenen Interessen vertreten und die Parteien nur mehr als Instrumente ihrer Interessen nützen. Auf die Weise geht eine Kultur zugrunde immer kriegerisch bei ihm. Also es muss ein neuer Weltenbrand sozusagen entstehen, an dessen Spitze diese Zäsaren stehen, diese Figuren. Ich meine, ich weiß nicht, Spengler hatte wahrscheinlich bei diesen Zäsaren, wenn man mal von antiken Vorbildern absieht, hatte er wahrscheinlich so Leute wie schon wie Mussolini und Hitler da im Auge, obwohl er ja Hitler nicht mochte, weil Hitler war eben noch zu sehr Parteimensch, der war eben noch zu wenig radikal, der wollte ja noch seiner Partei zum Sieg verhelfen und deswegen hat er sich dann auch von Hitler distanziert und wurde schlussendlich von den Nazis totgeschwiegen. Aber das sind schon die Figuren, die er sich vorstellt. Ja. Ist Spengler selber in seiner Zeit ein Vertreter der sogenannten konservativen Revolution und wenn ja, können Sie dieses merkwürdige Begriffspaar einmal erklären? Ja, ich tue mir, also konservative Revolution, das war eben im Grunde genommen eine Art von Faschismus, Radikal-Faschismus, so, dann hat man es schon, nicht? Das hat damit zu tun, das hat damit zu tun, dass man die Linken hasst, alles was links angesiedelt ist, Marxismus, Kommunismus, das hasst man, sondern man will eine Revolution, aber aus konservativen Geist und dieser konservative Geist konnte nur einer sein, der sich eben solcher Motive bedient, die wir heute als konservativ einstufen. Das heißt, weg mit der Demokratie, wieder her mit autokratischen Staatsformen, mit monarchischen Staatsformen, mit dem Ständestaat, mit all diesen Dingen. Das war eigentlich im Ursprung die konservative Revolution. Und vor allem auch die ganz wichtige Idee, die aber gar nicht eigentlich ich weiß nicht, antidemokratisch sein müsste, das unterschieden wird, wie das Charles Moras, einer der Führer der konservativen Revolution, natürlich auch dann ein Faschist getan hat, dass man zwischen dem legalen Staat und dem substanziellen Staat unterscheidet. Und der substanzielle Staat, das ist der, den Spendler identifiziert, mit einer Staatsform, die eine solche Kultursäle beherbergt und daher jedenfalls der Demokratie abgeneigt ist und dem Autoritarismus frönt, muss man sagen, zu neidisch und zu wenig frönt und jedenfalls militärisch konnotiert ist. Also das Kriegerische für das Wesentliche hält auch einer Kultur. Des Öfteren ist schon das Wort Kultur gefallen. Das ist positiv besetzt bei Spengler. Im Gegensatz zur Zivilisation. Ja, und das ist ja das, aber das ist eben Teil auch dieser konservativen Revolution gewesen, dass sie einen Kulturbegriff haben, der ist positiv besetzt, aber er ist antidemokratisch, ganz massiv antidemokratisch. Man sieht das bei Leuten, die später ja gar nichts mehr mit dieser konservativen Revolution zu tun haben wollten, wie etwa Thomas Mann. Thomas Mann hat in seinen Betrachtungen des Unpolitischen ja noch davon gesprochen, dass für den Deutschen, den Deutschen, das deutsche Volk, diese Unterscheidung zwischen Kultur einerseits und Zivilisation andererseits das Wesentliche ist. Und dass für den Deutschen niemals die Zivilisation das für ihn geeignete sein kann, denn die Zivilisation ist eben das massendemokratische, journalistische, also alles das, das Mahn, wie Heidegger sagen würde, das Mahn, nicht? Man tut das, was Mahn tut, also das, was alle tun, der Durchschnitt. Nein, die deutsche Kultur ist natürlich die Kultur Goethes und damit die Kultur der Gipfel, nicht der Ebenen. Und diesem kulturellen Syndrom wird also die Zivilisation gegenübergestellt. Später, interessant ist das, in den Betrachtungen des Unpolitischen, Thomas Mann auch immer sagte, Demokratie ist nicht das Richtige für die Deutschen. Die Deutschen brauchen die Monarchie. Sie sind in ihrem Herzen monarchistisch gesinnt, nicht demokratisch. Und deswegen nennt er auch eine Kunst oder eine Literatur, die sich nach links bewegt und vor allem auch die demokratische Gesittung prägen will. Die nennt er zivilisationsliteratisch, zivilisationsliterarisch. Und derjenige Autor ist ein Zivilisationsliterat. Und das wird immer negativ konnotiert bei ihm. Später dann hat er sich eines Besseren besonnen, weil er ja selber emigrieren musste, unter dem Druck der Nationalsozialisten. Ja, der Herr Spengler nimmt für sich in Anspruch, ein Historiker zu sein. Sie sind sich da nicht sicher. Sie sagen eher, er ist ein Mythiker. Ja, also ich habe eher das Gefühl, da muss man, man muss gerecht sein, muss natürlich sagen, der Spengler unglaublich, als Privatgelehrter, unglaublich viele historische Materialien gesammelt hat, nicht nur aus unserer eigenen, sondern auch aus anderen Kulturen. Aber wie ihm dann später ja vorgeworfen wurde, in einer berühmten Rezension auch von Robert Musil, waren ja viele seiner sogenannten Kenntnisse und Erkenntnisse natürlich sowohl historisch falsch, als auch fachlich dilettantisch. Er war, also bei Musil ist es in erster Linie natürlich die Mathematik und die Naturwissenschaft, wo er zeigen kann, dass Spengler eigentlich wenig oder gar keine Ahnung hat von dem, was er da schreibt und miteinander vergleicht, zum Beispiel im Bereich der Mathematik. Für mich ist Spengler deshalb eher weniger Historiker als Mythiker, als er ja diese ganzen heilsgeschichtlichen Kategorien übernimmt. Also ich meine, kein Historiker würde, kein ernsthafter Historiker zu seiner Zeit würde die göttische Morphologie, also diese Idee, dass Kulturen wie Pflanzen wachsen, nicht, dass sie eine Jugend haben, eine Kindheit, ein Mannesalter und dann kommt die Verkreisung, so wie halt Pflanzen, nicht, wachsen und wieder vergehen und verschiedene Stadien hier durchmachen, verschiedene Reifestadien, durchmachen. Das würde der Historiker nicht als Hintergrund nehmen, er würde schon zugeben, dass Kulturen sich entwickeln, aber dass sie sich gewissermaßen intrinsisch, innerlich an einem solchen Entwicklungsprinzip orientieren, das würde ja kein ernsthafter Historiker annehmen in dieser Form, zumal bei Spengler wie gesagt auch diese Idee des Aristoteles mitschwingt, dass Kulturen tatsächlich eine bestimmte Richtung haben, sie entwickeln sich nicht einfach wertfrei, sondern sie haben in sich ein bestimmtes Ziel, das aus ihrer Seele folgt schon, dieser Begriff der Seele einer Kultur ist ja nichts Historisches, das sind alles mythische Kategorien und eine Seele hat wahrscheinlich auch im religiösen Bereich ein bestimmtes Ziel, das sie erreichen will, nicht, sie will ja erlöst werden, also dieses Erlösungsstreben ist dem Spengler ja auch in einer bestimmten Form zu eigen, wenn auch die Erlösung letztendlich bei ihm nie wirklich stattfinden kann, hat man das Gefühl, weil sich die Kulturen wieder auflösen und in Wahnsinns Kriege verstricken und ja, also historisch ist diese Art der Darstellungsform das Spengler hat nicht, obwohl viele Intellektuelle seiner Zeit ihm hier teilweise zugestimmt haben vor dem Hintergrund dessen, was sie selber an Geschichte sehen zu meinten, zu vermeinten zu sehen, so. Ja, aber ist der Krieg nicht ein Vehikel zu der Erlösung beziehungsweise den Menschen dorthin zu bringen, also zu sich selbst? Tja, irgendwie schon, aber der Krieg bringt ihn auch ins Grab, nicht? Also ich meine, der Historiker hat gesehen, dass Kriege eigentlich die Menschen nicht zu sich selbst, sondern ins Grab bringen oder ins Elend stürzen, also da würde ich sagen, hat da hier ein wirklicher Historiker wie der Jakob Burkhard und andere haben da eine ganz andere Sicht der Dinge, nicht nämlich eine realistische Sicht. Spengel ist alles andere als ein Realist, denke ich mir. Was er ja auch macht, ist, er hat ein sehr relatives Verhältnis zur sogenannten Wahrheit. Naja, die Wahrheit ist für Spengel interessanterweise schon deshalb nicht zu haben, weil ja jede Kultur ihre eigene Wahrheit hat, darüber haben wir schon gesprochen, jede Kultur hat ihre Seele, hat ihre spezifische Ausdrucksformen und alles, was sie tut, ob das jetzt im Künstlerischen ist oder im Mathematischen ist, hat seine eigene Ausdrucksformen. Daher hat jede Kultur ihre eigene Wahrheit. Bitte, das ist schon ganz interessant, dass dieser Relativismus, den Spengel hat, der erinnert ja sehr an den Relativismus, den wir auch im 20. Jahrhundert haben. Da haben wir eine große Faszination, was den Kulturrelativismus betrifft. In der Philosophie hat es eine Reihe von ganz wichtigen Relativisten gegeben, einer der wichtigsten war vielleicht Paul Feierabend, aber auch andere, nicht Richard Rorte in Amerika, das waren lauter Relativisten. Und die haben auch gemeint, es gibt die Wahrheit nicht. und die Frage ist nur, wie man dann hergehen kann und als Welthistoriker oder Universalhistoriker einen Weltentwurf für den richtigen hält, also für die Wahrheit. Denn Spengler muss alles, was er tut und schreibt, ja für die Wahrheit halten. Er sagt ja nicht, das ist meine abendländische Wahrheit und bitteschön, das wird bald schon so gründig gegangen sein. Mein Untergang des Abendlandes ist zugleich mein Untergang und der Untergang meiner Schrift. Nein, da ist er natürlich stolz und sagt, bitteschön, der Untergang des Abendlandes, der zeigt die Welt so, wie sie wirklich ist. Ja, also das muss man ja auch nochmal unterstreichen. Also eigentlich gibt es keine Wahrheit, aber das, was er sagt, ist Wahrheit. Und ich kann hier auch aus dem zweiten Abseits des Vorwortes zur 33. beziehungsweise 47. Auflage von 1922 vorlesen. Da schreibt er nämlich, dass er die unwiderlegliche Formulierung eines Gedankens vorgelegt habe, den man nicht mehr bestreiten könne, sobald er einmal ausgesprochen sei. Genau, genau, das ist also wirklich die Point des Ganzen. Jemand, der den Friedrich Nietzsche bezichtigt, dass Nietzsches Relativismus ja noch eine Kindergeschichte ist, gegenüber dem Relativismus, den er jetzt, nämlich Er Spengler uns darlegen wird, der legt dann ein Werk vor, über 1000 Zeiten, in dem die Wahrheit, und zwar die unverbrüchliche, unbestreitbare Wahrheit, niedergelegt sein soll. Also wenn das kein Paradox ist, oder kein Widerspruch in sich selbst, dann kenne ich keinen mehr. Das macht das Ganze natürlich irgendwie schon sehr fragwürdig. Nicht schon von der Oberfläche her. Ist Spengler eigentlich ein Schriftsteller, der extrem abhängig ist von einem anderen Schriftsteller, nämlich Nietzsche, wie kaum ein anderer? Ja, ich glaube schon, dass für Spengler und für viele, aber viele Intellektuelle dieser Zeit, dass hier Nietzsche ganz wichtig war. Er hat von Nietzsche ja mehr oder minder diese Vorstellung, dass die Welt im Innersten vom Willen zur Macht bewegt wird. Das hat er ja übernommen. Mensch Geschichte ist Kriegsgeschichte heißt es bei ihm und man fragt sich warum? Ja nicht, weil das menschliche Gen so geartet wäre, sondern weil es hier wirklich ein metaphysisches Inneres der Welt gibt. Und das ist dieser seltsame Wille zur Macht, wo immer der herkommen soll, aber viele haben diesen Willen zur Macht festgehalten. Biologisch dann ist es einfach die Aggression, die uns inne wohnt und die wir ausagieren müssen. Also auch Denker, die man da gar nicht dazurechnen wollte zunächst, wie Konrad Lorenz mit seinem sogenannten Bösen, das ja viel später dann erst erscheint, ist interessant, dass vom Willen zur Macht bleibt dieser fundamentale Aggressionstrieb, von dem Konrad Lorenz sagt, kein Kunstwerk würde jemals zustande kommen, gäbe es nicht diesen Trieb zur Aggression. Glauben Sie, Schopenhauer würde das auch unterschreiben? Ja, der Schopenhauer würde da natürlich, das ist eine aufgelegte Frage jetzt natürlich, weil der hat es natürlich auch irgendwie mit dem Willen, aber bei ihm ist die Weltseele, er nennt das ja weniger den Willen, sondern eine Weltseele und die ist ja buddhistisch gedacht bei ihm. Die will ja bloß eines, die will ja bloß wieder die Rücknahme in das Ureine, in die Schmerzlosigkeit für ihn, für Schopenhauer war Zivilisation Schmerz und der Mensch will dem Schmerz entgehen, also wäre das Ziel Rücknahme des Weltgetümmels, worin immer diese Rücknahme bestehen soll. Ich denke, für Schopenhauer, der hat sich an östlichen Mythen hier natürlich, deswegen war er ja einer der wichtigsten Transporteure dieses des Buddhismus nach Europa nicht, der hat sich an der buddhistischen Lehre, dass am Schluss sozusagen das Nirvana widerstehen sollte als höchste Form der Ausgestaltung des Seelischen und das ist diese merkwürdige Form dieser bewusstlosen Glückseligkeit, Man hat das individuelle Bewusstsein erwischt wieder und trotzdem ist man nicht einfach tot aus Maus sozusagen, man ist nicht einfach tot, sondern man geht wieder ein in diese Weltseele, ist allerdings in seiner Individualität nicht mehr vorhanden. Umso einem ist nicht klar, der nie solche mystischen Erlebnisse hatte, also ich zähle mich jedenfalls dazu, worin eine unbewusste Glückseligkeit bestehen sollte. Für mich ist Glückseligkeit immer etwas, was ich habe, weil ich halt ich habe. Also Schopenhauer denkt da ganz anders. Ja, ich frage auch deswegen, weil ich glaube, es ist ja so bei ihm, dass der künstlerische Akt ein Weg ist, den Willen zu überwinden, also ihn zu vergessen. Ja, bei Schopenhauer. Ja, genau. Ja, also bei Schopenhauer wird der künstlerische Akt zu einer Demonstration dieser Überwindung des rein Individuellen nicht und das, was da an Allgemeinem durchscheint, das war für ihn vor allem die Musik, nicht, das löst, also Schopenhauer ist da sehr an der Musik orientiert, das löst diesen individuellen Schmerz auf und wenn wir Musik hören, so hören wir auch auf, diese Art von Abgesetztheit zu den anderen zu spüren, wir merken, wie wir in diese Weltseele eingehen regelrecht, wie wir uns auflösen. Also für Spengler wäre das nichts gewesen. Auflösung bei Spengler heißt Eingemeindung in ein kriegerisches Ganzes, also so wie sich das Ernst Jünger vielleicht noch in den Stahlgewitter und seinem ersten frühen Kriegstagebuch vorgestellt hat. Aber der faustische Charakter, wo er sagt, das ist dem Abendländischen so zu eigen, das hat ja auch was musikalisches. Ja, 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 bitte, aber der faustische Charakter, den sich Goethe noch vorstellte, das war ja wirklich etwas, ich, also für mein Gefühl, etwas anderes, weil, da sieht man ja, wie diese Motive je nach Bedarf dann zugespitzt werden. Bei Goethe haben sie einen zweienfaustischen Charakter, der Faust studiert alles und der, der möchte erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält und macht lauter, bringt eigentlich Leid in die Welt, nicht, macht das Gretchen unglücklich, ist an seinem, an seinem Tod schuld und was weiß ich alles noch, was da entsteht, aber gleichzeitig sagt er ja schon in dieser berühmten Studierzinn Szene, dass alles Mögliche studiert hat, aber jetzt erst nicht recht weiß, was die Welt ist und da bedarf es eben der Hilfe des Teufels, aber Goethe sagt dann, wer immer streben sich bemüht, den können wir lösen und wenn man den ganzen Faust wirklich durchliest, was ja nur wenige schaffen in den zweiten Teil und dann hinein, aber dann geht Himmel aufwärts letztendlich nicht, das Sterbliche von Faust wird das, das könnte schon eine himmlische Symphonie ergeben, das wird aufgenommen von den Herrschern des Himmels, die sich in verschiedener Gestalt darstellen und dann geht es nach oben, dann geht es nach oben, dann kommt die Erlösung und diese Erlösung ist die Erlösung von den ewigen Streben, von denen man nun endlich ablassen kann und wahrscheinlich im Glanz des Ewigen dann in großer, großer, unübertrefflicher Wonne zu verweilen, im Glanz des Ewigen. Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen zur heutigen Relevanz des Werkes, der Untergang des Abendlandes. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie so den Sound hören, zum Beispiel von der bayerischen CSU Abendland, Heimat? Ja, da wird mir irgendwie ganz Angst und Bange, also da wäre ich klamm, nicht? Und das ist auch der Punkt, weswegen Spengler jetzt wieder so Fashionable geradezu wird auf der Rechten, nicht? Er gibt Ihnen die Stichworte, er gibt Ihnen die Stichworte, das ist, Spengler ist ein Denker der Rechten und die Rechte nimmt ihn jetzt natürlich gerne auf, hat allerdings ein Problem, bei Spengler müsste jetzt das Abendland zugrunde gehen und unsere jetzigen Rechtsausleger, Rechtsextremen wollen das Abendland wieder aufrichten und das ist das, was nicht, weswegen Spengler also irgendwie einerseits zwar mit begierig gelesen wird, weil da steht also drinnen, dass unsere Zivilisation am Ende ist, dieser ganze multikulturelle und ich weiß nicht, globalisierte und humanitäre Gestus, der muss weg, aber was kommt dann? Und da ist es ja auch interessant, dass die neuen Abendländer uns nicht sagen können, worin das Abendländische eigentlich besteht. da muss man sagen, müsste ihnen Spengler eigentlich zum Vorbild dienen. Er zeigt ihnen ja, dass man nicht mehr sagen kann, worin das Abendländische besteht. Außer eben in dieser Zivilisation, die zugrunde gehen muss, die wollen aber immer das Abendland wieder haben. Worin besteht das Abendland? Geht es jetzt vorwärts nach hinten? Wollen die das neue Mittelalter oder was wollen sie? Im Grunde genommen geht es darum, die Demokratie zu zerstören und wieder ein autokratisches System zu etablieren, das stark christlich geprägt ist, stark an christlichen Werten geprägt ist und an diesen sogenannten Abendländischen Werten, von der Familie angefangen bis hin eben zu einem die Deutschen legen großen Wert darauf, dass sie ein großes Volk sind, so wie jetzt alle Völker plötzlich wieder drauf kommen, dass sie einen Nationalstolz haben und eine Volksehre und ob das, also ich meine, bei den Amerikanern, die hatten ja immer schon eine, aber ich meine, auch die Russen und jetzt bei uns in der EU, ob das jetzt die Polen sind oder die Ungarn oder, die entdecken alle wieder den Nationalismus. Ja. Aber Spengler war in diesem Sinne kein Nationalist. Das ist das Interessante. Sondern? Er dachte nicht, dass in der Nation das Heil liegt, obwohl er dachte, dass der Umstand, dass wir immer weniger nationalistisch denken, unseren Untergang mit sich führt. Ich würde jetzt auch gerne noch eine Sache besprechen und zwar der Spengler, als er das Buch geschrieben hat, hat ja in München gelebt. Ja. Ein äußerst interessanter Ort zur damaligen Zeit. Und gleich am Anfang kommen sie auf ein, ja sagen wir mal, in Anführungsstrichen Münchner Original zu sprechen. Das ist ja eigentlich eine fiktive Figur, nämlich die Monaco-Franze. Ja, habe ich mir erlaubt einzubauen am Anfang. Ja, und da kommen sie nämlich auf dessen Motto zu sprechen, ein bisschen was geht immer und das hat dann sehr viel mit in Anführungsstrichen ihrem Abendland zu tun. Ja, das ist, würde ich sagen, wenn wir einmal von den großen Perspektiven absehen, die ich auch für enorm wichtig halte, ich habe es schon mehrfach erwähnt, dieser Zusammenschluss von Aufklärung Antike und Christentum, der eine Art Entwicklungslogik in sich birgt und letztendlich über eine Reihe von politischen Denkern zu unserer Form von Parteiendemokratie führt. Wenn wir von dieser großen Perspektive absehen, die das Gemeinwohl in einer ganz bestimmten Form definiert, als eine sozialstaatliche und sozial gerechte Form, unter der die einzelnen Bürger furchtlos leben können, dann kann man sich fragen, ja wozu das Ganze und das Ganze hat ein bisschen etwas mit dem Monaco Franze, den Sie gerade zitiert haben, zu tun. Der sagt ja, ein bisschen was geht immer, also so sollte ein Leben funktionieren und so kann es nur funktionieren in einer Massendemokratie. Natürlich, wir sind von vielerlei Übeln bedroht, von Krankheit und Missmut und ich weiß nicht was noch allem, aber es ist trotzdem so, dass wir in einer Kultur leben, auf die eigentlich alle neidisch sind, die begriffen haben, worum es in dieser Kultur geht. Nämlich dieses kleine Glück zu realisieren für den Einzelnen, ich meine, was will man denn? Es können ja nicht alle Mystiker sein und es können nicht alle immer fort mit den großen Gefühlen handieren, wir haben nun einmal einen Alltag, der zu bewältigen ist und wenn man den so angenehm wie möglich bewältigen kann, dann ist diese Maxime ein bisschen was geht immer, eben könnte man sagen, der weiß seit letzter Schluss vor dem Spengler, dem Kopf weggeplagten Spengler Kraut, nicht? Ja, wobei der Herr Spengler ist ja eigentlich auch ein Hasenfuß. Ja, das ist allein persönlich, wir haben jetzt diese, deswegen in meinem Buch zitiere ich auch immer wieder ausführlicher aus diesem Tagebuch, aus Aufzeichnungen, die ganz privat gemacht wurden und natürlich nicht zur Öffentlichung bestimmt waren, da geht hervor, dass das, aber das trifft man oft, er war ein ganz ängstlicher Mensch, der hat sich kaum in einen Kaufmannsladen hineingetraut, weil er Angst hatte, er trifft vielleicht irgendjemanden, mit dem man ein Gespräch führen muss, oder er hatte Angst vor Frauen, konnte keine normale Beziehung Mann-Frau sich eigentlich vorstellen und hat rationalisiert. Das Problem ist, bei solchen Leuten, die so schwer am Leben leiden, das ständig rationalisieren, nicht? Also, so wie in München sozusagen, die literarischen Gesellschaften unerträglich für ihn waren, sie waren ja zum Teil tatsächlich unerträglich, aber ich meine auf eine andere Weise, weil halt dort einzelne Individuen gegeneinander auch intrigiert haben und das übliche Desaster, das Menschliche verursacht haben, das in künstlerischen Kreisen ja üblich ist. Nein, er hat München natürlich auch deshalb nicht gemocht, weil er einerseits unglaublich fasziniert war von dem, was er dort gesehen hat, andererseits war er furchtbar erschrocken vor diesen Originalen, auf die er getroffen ist, nicht? Und so musste er die alle runtermachen. Das war alles schäbig und schändlich und jüdisch und ich weiß, er war kein wirklicher Antisemit in dem uns bekannten Sinne, aber da hat er auch nicht zurückgeschreckt, das Jüdische an diesen Leuten hervorzukehren und bei den Frauen waren natürlich es andere Dinge, die ihn irgendwie abgestoßen haben. Keine Frau konnte es ihm recht machen, so ähnlich wie bei Nietzsche nicht. Also in dem Sinne ging bei ihm nicht immer etwas. Bitte? In dem Sinne ging bei ihm nicht immer etwas. Nein, 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 ein bisschen was, nicht einmal ein bisschen was ging. Und da hat er großmächtig dann halt getan und gesagt, ja, wenn ich eine Frau fände, die meinem Geist entspreche, dann wäre das eine wunderbare Geschichte, aber so, sind wir lieber die kleinen Mädels, die ich auf der Straße mitnehme. Am meisten hat er die, weil er sich davor gefürchtet hat, hat er das normale bürgerliche Mädchen oder die bürgerliche Frau, der hat er sich gefürchtet, glaube ich. Würden Sie denn sagen, Leute sollen das Buch der Untergang des Abendlandes tatsächlich lesen? Also ich kann nur für mich sagen, ich habe zu Gänze liest man es nur, wenn man es, glaube ich, lesen muss, aus diesem oder jenem Grund. Es gibt aber in diesem Buch Abschnitte und zwar gerade über unsere eigene Kultur, die sind zum Teil sehr tiefsinnig, sehr scharfsichtig, geradezu prophetisch. Die Frage ist nur, wie man das politisch, wie man das heute nennt, ausmünzt, was man daraus für Konsequenzen zieht, aber der hat schon, Schwenker ist nicht umsonst natürlich der Autor, der er geworden ist, das heißt in vielen Sprachen übersetzt, in vielen Ländern gelesen, der hat schon den Nerv nicht nur seiner Zeit, sondern auch unserer Zeit irgendwie getroffen. Also ich kann den Lesern nur empfehlen, sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass sie es mit einem reaktionären Autor zu tun haben. Es sind oft gerade die reaktionären Autoren, die gewisse Aspekte besser sehen durch ihren Blick, den sie auf unsere Kultur werfen, als jene Autoren, die unsere Kultur befürworten. Gut, ich persönlich möchte aber, deswegen habe ich auch das Gespräch mit Ihnen gemacht, empfehlen, Ihr Buch zu lesen, Spenglers Vision, 100 Jahre Untergang des Abendlandes und damit bedanke ich mich für dieses Gespräch. Ja, ich bedanke mich für den Hinweis auf mein Buch, nachdem wir über Spengler gesprochen haben und ja, auch Ihnen alles Gute. Gut, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's dann, Freunde des gepflegten Internetgesprächs. Ich hoffe, es hat gefallen, das Gespräch mit Herrn Professor Strasser in Graz und ich verbleibe mit einem